Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmrauma Crew. Willkommen zur Eventvorstellung zum Leuchtkäfer Outdoor Spaß. Einem weiteren Leuchtkäfer Festival, das morgen am 10.06. um 14 Uhr startet und am 16.06. um 14 Uhr endet. Verfügbar ab Level Nummer 3 und die Schwierigkeit ist mittel. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal rein. Wie gewohnt gibt es eine Eventpflanze, nämlich die Leuchtbeere, die alle 5 Stunden 30 Minuten 220 EP auf einem Viererfeld bringt. Wichtig, diese Pflanze kann man nur auf dem Hauptacker anbauen. Ja, angeforderte Menge. Ich habe es jetzt nicht genau berechnet, das hätte zu lange gedauert. Man muss insgesamt bis zur Ranke 15 Muster erledigen, das zeige ich euch später genauer. Der Umtauschwert liegt bei 5 Moospenny und 7 EP. Dann gibt es natürlich ein Eventprop, nämlich die Thermosflasche, die nur aus dem Hauptacker kommt, aus Bäumen und aus Pflanzen. Und natürlich kann man es auch an den Nachbarn verschicken und im Farmausstatter gegen Tulpgulden erwerben. Eine Thermosflasche kostet 2 Tulpgulden, 50, 85, 100 Stück 150 und 200 Stück kosten 270 Tulpgulden. Dann gibt es noch einen weiteren Eventprop. Das Zelt kommt nur aus der wilden Wiese, aus Bäumen und aus Pflanzen. Shoppreise sind ein bisschen teurer. Einzelkostet 3 Tulpgulden, 20 kosten 50, 70 kosten 160 Tulpgulden und 100 Stück kosten 200 Tulpgulden. Dann haben wir noch ein Mühlenprodukt, nämlich den Rucksack. Der dauert 15 Sekunden zum Produzieren. Man benötigt hierfür 62 Leuchtbären und 4 mal die Thermosflasche. Angefordert eben wieder diese 15 Muster. Und der Umtauschwert liegt bei 355 Moospenny und 266 EP sowie Tropen-EP. Okay. Dann haben wir vier Eventkörbe. Falls ihr wissen wollt, was dort drin ist, einfach mal kurz das Video anhalten. Event Aufbau ist wie gewohnt, hat sich nichts geändert. Nur diesmal ist es so, dass man eben eine gewisse Anzahl Muster braucht. Insgesamt bis zum Event Ende sind 15 Muster. Man kann jedes Muster nur einmal machen. Hat man Muster 1 erledigt, wird es resettet. Das heißt, ich muss wieder jede einzelne Laterne freischalten. Hier oben sehen wir unsere gewohnte Leiste, wo wir dann eben sehen, wie viele Pflanzen wir haben und wie viele Drops und Mühlenprodukte. Mit diesem Plus gelangen wir auch gleich zur Mühle. Und man muss halt um eine Laterne. Also am besten ist, man klickt das Muster an, damit man sich ja nicht mit diesen Laternen vertut, weil die werden dann eben markiert, je nachdem welches Muster man denn auswählt. Dann klickt man die einzelnen Laternen an und gibt halt die benötigte Menge ab und erhält zusätzlich pro Laterne Gewinne. Und zwar schauen wir uns mal die oberste Reihe an. Hier bekommen wir bei der ersten Laterne eine goldene Banane, müssen drei Rucksäcke abgeben. Bei der zweiten sind es dann 240 Leuchtbeeren, bei der dritten sind es 8 Zelte und viertens 22 Thermosflaschen. Und wir bekommen echt einen Haufen EP. Warum man Tropen-EP bekommt, absolut keine Ahnung. Das ist ein reines Farm-Event. Finde ich mal wieder schade, weil man auch meistens, in dem Fall jetzt hier nicht, mehr Tropen-EP bekommt wie EP. Dann schauen wir uns mal die zweite Reihe an. Hier müssen wir als erstes vier Zelte abgeben, bekommen dann 100 EP-Mallevel, dann ein Rucksack, 300 EP-Mallevel, 12 Thermosflaschen, einen Stern und hier auch 144 Leuchtbeeren und man bekommt 500 Moosepenny-Mallevel. Also Moosepenny sind auch mit dabei. Super. Dann haben wir die dritte Reihe. Das ist so eigentlich die teuerste Reihe von allen 524 Leuchtbeeren und man bekommt hier eine Zuchttierbox Nummer 3. Dann 17 Thermosflaschen und man bekommt 1000 Tropen-EP-Mallevel. Dann zwei Rucksäcke sind 750 EP-Mallevel und 10 Zelte, 20 Superdünger. Dann haben wir noch die letzte, die vierte Reihe. Hier acht Thermosflaschen, 100 Moosepenny-Mallevel, acht Zelte, ein Freidreh. Dann 380 Leuchtbeeren sind 2000 EP-Mallevel. 2000 EP-Mallevel, das ist schon eine stolze Summe. Und dann noch zu guter Letztes muss man zweimal einen Rucksack abgeben und man bekommt hierfür 6 Susi-Superdünger. Und das ist wirklich, also die Belohnungen bzw. Abgaben ändern sich nicht. Das ist bei jeder Laterne bleibt es gleich. Man muss sie ja mehrmals abgeben. Kommt halt darauf an, welches Muss man macht. Dann haben wir die einzelnen Muster. Wenn man ein Muster erledigt hat, bekommt man natürlich auch noch einen Preis. Party-Tickets, Rätselbäume, Ticketstelle, alles Mögliche dabei. Wie man es halt so kennt von den anderen Events. Also Nebenbelohnungen sind echt wieder gut. Außer als bei den einzelnen Laternen, da gibt es eigentlich nur EP. EP sind zwar echt mega gut, aber hätten wir ein bisschen mehr Dünger oder sowas gewünscht. Aber na gut. EP sind auch gut. Nehme ich gerne entgegen. Aber anstatt den Tropen-EP hätte man eben Dünger reinhauen können. Weil das hier ist ein Farm-Event und kein Bahamama-Event. Event-Sticker gibt es natürlich auch. Den bekommt man gleich nach Muster Nummer 1. Dann gibt es drei Items und die gefallen mir richtig gut. Also zumindest das 1x1-Item und das 2x2-Item. Zur linken Seite traumhafte Glühwürmchen. 20 Stunden, 22 EP mal Level nach drei Muster. Dann haben wir romantische Glühwürmchen. 20 Stunden, 46 EP mal Level nach sieben Mustern. Und dann haben wir noch das 2x2-Item und das gefällt mir echt richtig gut. Bezaubernde Glühwürmchen. 20 Stunden, 102 EP mal Level nach 13 Mustern. Und jetzt die gute Nachricht. Wir haben wieder eine Event-Wolken-Reihe. Leuchtkäfer, Outdoor, Spaß. Alle 20 Stunden, 730 EP mal Level und 150% mehr EP auf Event-Pflanzen für sechs Stunden. Bekommt man eben, wenn man alle 15 Muster erledigt hat. Und die Ranke, muss ich ehrlich sagen, ist richtig gut. 730 EP mal Level. EPs sind immer gut. Und 150% mehr EP auf die Event-Pflanzen. Es ist ja eigentlich immer ein Event und der Bonus gilt für sechs Stunden. Also ich finde ihn sehr gut. 150% mehr EP, das ist schon einiges. Vor allem, wie man ja teilweise sieht, die Event-Pflanzen bringen echt richtig gut EP's. Und dann auch 150% draufschlagen, das sammelt sie schon. Das ist ein weiteres Leuchtkäfer-Festival. Ich glaube mittlerweile Nummero 4 oder 5. Ich muss sagen, ich liebe dieses Event. Ich freue mich sehr, auch wenn es wieder eine Wiederholung ist. Aber es ist gut ein Jahr her, als wir das letzte Festival hatten. Also geht das noch im Vergleich zu Wikinger oder sowas. Das kommt in einem häufigeren Abstand. Also ich freue mich wirklich sehr auf das Festival. Es ist zum Glück besser als das letzte. Das letzte hatten wir diese Fragezeichen-Muster, wo man quasi so eine Rätsel machen musste. Das fand ich nicht so toll. Was wir jetzt haben, finde ich wiederum besser. Also wie gesagt, ich freue mich sehr auf dieses Event. Ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl.